hallo leute ist gerade sehr interessant was hier gerade für eine maschine fliegt über hamburg eine boeing 747 sb special performances der nasa die fliegt hier ganz interessant auf den sonntag den 31 1 fliegt die hier herum das ist interessant nicht wahr schaut euch das mal und hier sehen wir anhand der roten kurve dass sie hier auf high altitude flog was macht denn hier eine boeing von der nasa das ist doch schon sehr interessant das ist doch wirklich sehr interessant und das heute auf dem sonntag ja wir schauen mal was sonst noch so auf der asb seite los ist ich habe jetzt hier auf militärische erkennung stehen hier unweit hildesheim sehen wir diese karahornet 01 ich kann nur sagen es ist nicht ein als in vier und es handelt sich um kampfhubschrauber tiger ich habe jetzt auf der militärischen modus stehen und dort oben ist wieder diese rakete zu sehen ein erbärmlicher rotaxfalke eigentlich ein stinknormaler uralter motorsegler aber militärisch militärisch ja schauen mal was sonst hier noch so los ist wo wir schon mal dabei sind ein ungar ist unterwegs mich interessiert ja mehr was bei uns in der region ist hier sehr starker transportverkehr wieder nordwest südost ja aber mich interessiert das was hier jetzt gerade los ist und jetzt werde ich mal wieder auf den zivilen modus gehen und werde mal schauen ob denn hier auf der asb seite unsere nasa auch unterwegs ist und da haben wir sie da haben wir unsere 747 der nasa ja leute da fliegt die nasa 747 rum hier fliegt ein rotaxfalke mit militärischen auftrag rum und hier kommt angezeigt nur einer ein tiger aber mein kumpel hat sie gesehen es sind vier wollte ich euch nur mal zeigen es wird schon was geboten auf den sonntag